Am 2. Dezember 2022 besuchte der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, das Kino Toni in Berlin-Weißensee. Das hatte eine ganz besondere Bewandtnis. Als eines der ältesten Berliner Kinos feierte das damals sogenannte Lichtspieltheater seinen 100. Geburtstag. Halt, nicht ganz richtig. Eröffnet wurde das Haus bereits 1920. Das Jubiläum wurde aber erst 2022 gefeiert, weil das coronabedingt vor zwei Jahren nicht möglich war. Und weil Dennis Buchner auch Vorstandsvorsitzender des Vereins der Freunde des Kinos Toni ist, lud er an dem Abend zur Geburtstagsfeier ein. Neben dem Gastgeber gratulierten auch der Literaturwissenschaftler Paul Werner Wagner sowie Ruth Strecker von der Filmförderungsanstalt. Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorführung der 2014 von der Murnau-Stiftung restaurierten Fassung des Films Das Kabinett des Dr. Caligari, der 1920 in der Filmstadt Weißensee gedreht wurde. Im Anschluss an die Filmpräsentation trafen sich die zahlreichen Gäste zu einer kleinen Geburtstagsfeier bei Snacks und Getränken. Gelegenheit für Mittenmang, Dennis Buchner, ein paar Fragen zu stellen. Ich bin 2003 nach Weißensee gezogen und war vermutlich dann also auch 2003 hier das erste Mal selber Kinokunde. Und ich bin dann SPD-Vorsitzende hier geworden und wir haben das auch für eine ganze Reihe von Veranstaltungen genutzt. Immer mal wieder Lesungen gemacht, Filmvorführungen, oft im wirklich vollen Kino. Wir haben im Himmel unter der Erde den Film über den Friedhof, den jüdischen Friedhof hier gezeigt. Und die größte Veranstaltung, die ich hatte, die war dann auch wirklich ausverkauft. Das war eine Kinderbuchlesung mit Roland Kaiser und Senta Berger. 2008, aber schon eine ganze Weile her. Um zu feiern, wir haben das 100-jährige vom Kino Toni jetzt seit zwei Jahren vor uns hergeschoben wegen der Pandemie. Heute haben wir es endlich stattfinden lassen können, hatten viele Freunde des Kinos, viele Nachbarinnen und Nachbarn aus Weißensee hier und haben angestoßen auf ein erfolgreiches Kiezkino. Filmstadt Weißensee heißt, dass hier einer der ersten Standorte war mit Beginn des Kinos sozusagen und der großen Lichtspielhäuser, wo gedreht wurde, rund um die Liebermannstraße. Das ist der Kern gewesen. Und auch der Film, das Kabinett des Dr. Caligari, den wir heute gesehen haben, ist bei den D-Class Studios ein Studio, was vor 100 Jahren in Weißensee ansässig gewesen war, entstanden. Immer historisch daran zu erinnern, dass Weißensee mal Standort, erster Standort von Filmproduktionen war sozusagen das Babelsberg des des 20. Jahrhunderts und dass wir trotzdem heute hier ein Kino noch haben, was in der Nachbarschaft hoch akzeptiert ist, was ganz viel Kinderkino macht, was immer wieder auch Seniorinnen und Senioren hierher zieht, die vor allem auch die alten DEFA-Filme sich hier nochmal angucken, wo Filmgespräche organisiert werden. Das ist eben wirklich kultureller Standort in Weißensee und das fehlt hier ansonsten an anderen Stellen. Ja, und deswegen bin ich so froh, dass wir dieses Kino hier so etabliert in der Nachbarschaft haben. Ich glaube, am Ende ist es ein Unterschied. Natürlich kann ich mich heute Abend zu Hause hinsetzen und mir noch irgendeine Serie auf Netflix ansehen. Und trotzdem ist es eben nicht das, was man hat, wenn man mit anderen Menschen im Kino einen Film gemeinsam auch erlebt, wenn man mit Freunden ins Kino geht, wo dann am Ende auch irgendwie das Bierchen noch dazu gehört oder das Popcorn, was man isst. Und deswegen mache ich mir gar keine Sorgen ums Kino. Am Ende ist Streaming eine Ergänzung zum Fernsehen, was es nun ja auch seit vielen Jahren gibt und was das Kino nicht totbekommen hat. Und ich glaube, wir werden auch in 50 und 100 Jahren noch zusammen Filme gucken.